Grün, die machen grün. Ach so, mit den Jute-Stalk kannst du auch Jute-Seats machen, ne? Ja. Sicher. Gar nicht. Musst ja auch, damit du wieder anbauen kannst. Ich hab die Blätter immer wieder angebaut. Ach so. Dann die Dinger wieder angebaut davon. Wir fahrens. Ja. Wo hast du denn die automatische Fingerproduktion eingesetzt? Gibt's doch nicht mehr. Hm? Gibt's doch nicht mehr. Warum nicht? Die braucht man doch nicht mehr. Erstmal. Ist lustig. Hey, das haben wir vorher schon gesagt. Hast ja vergessen, ne? Wir haben keinen Baum hier, das ist das ja. Ja, wir haben gesagt, wir lassen die erstmal, weil wir die erstmal nicht brauchen. Weil wir ja für, äh, hier für den, sag mal. Ah, komm nicht auf den Namen. Für den Sand brauchen, da für die Erde. Kannst du doch eine bauen. Nö. Kannst du doch nicht viel. Du brauchst ja sowieso nur zwei Trichter oder so in der Kiste und so ein Scheiß. Ah ja, kein Baum. Das dachte ich mir irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Kannst du doch nicht. Kannst du denn das? Kannst du denn das ändern? Kannst du denn das ändern? Nein, natürlich nicht. Es wird zu wissen, dass man was ausgemacht hat. Kannst du denn das ändern? Kannst du denn das ändern? mehr denn aus ecke so raus hier muss ja immer noch sein das zeug da war ja kiste weise voll hier draußen ist kompost eine gute kiste also keine panik auf die titanic tisch auch nicht lecker das bräuchte das bräuchte da dr pp auf kleiner man auf kleinen kraft So, jetzt reißen wir mal wieder hier die Hütte ein. Ich brauch eine Axt. Warum ich denn keine Axt mehr? Bist du gerade am Haus? Nö. Schade, ich muss wieder zurücklaufen, ey. Ich bin hier im Haus. Ja, toll. Find ich auch fast wieder. Ich muss die Kisten gerade durchsuchen. Ja, weil ich gerade keine Axt habe. Keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich doch auch nischt. Möcht ja irgendwo hier zwischen sein. Oh, da auch Janischt. Wo ist er denn? Hm. Ist die in dem Rucksack drin? Da, toll. Oh, das Chili sieht geil aus vom Tech-Chap. Hast du das mal gesehen? Ja. Was? Oh. Da drin hatte ich das ja gleich gesehen gehabt. Ich mach das mal so. Ich mach das mal so. Ja. 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 Wenn du vom Haus zum Ding läufst, gleich schon wieder drei Hungercoil weg komplett. Ja. Fast. Ja. Aber irgendwie normal. Ja, bei der Einstellung hier auf dem Zoll ist das auch normal, das stimmt. Ja. Oh, das ist natürlich jetzt kacke gewesen. So wie du. Ah. Ah, witzbold. Nein. Äh. Ähm. Dann mach ich so. Nein. Was ist das denn hier? Ach. Das sieht natürlich ekelhaft aus, aber egal. Ja. Sollten eigentlich. Die Redstone Paste, ne. Die Sachen, die an der Wand hängen. Das sieht echt mal grad ein bisschen ekelhaft aus mit den Repeatern. Okay. So sehen. Sehen echt ein bisschen A aus, weil ich gerade. Dann heißt das auch komplett einmal umbauen alles, ne. Damit die Conduits nehmen. Ja, klar. Ne. Oder konnte man das auch trotzdem verbinden. Conduit und das Penel. Mit Fluid geht's. Ich mein jetzt an. Die. Äh. Die. Die. Das. Dinger da. Hä? Ich hab glaub ich hab den Namen. Ja. Dann weiß ich's auch nicht. Äh. An die. Hoppa Das. Weiß ich nicht. Testing. Das Mann. Das an den. Probier's aus. Mach Tester auf. Ist kein Tester? Okay. Ja siehste. Ich weiß es nicht. Weiß auch nicht was. Doch, aber das weiß ich halt nicht. Ich weiß auch nicht was. Ja. Dass man das an den. Ähm. Raw Controller. Controller. Verbinden kann. Das weiß ich. Ja. Das ist trotzdem. Wird. Ähm. Warum nicht gleich so? Wichtig. Wichtig. Ich bin noch nicht allwissend hier. Ach sorry. So. So. Wenn da eh wusste. Und hin. Das einmal. So, warte mal. Weitern können wir. Dann nehme ich halt einfach nur noch. Braucht man Strom dafür? Ja, ne? Für was? Können wir jetzt? Wir können jetzt nein. Ich glaube für das Inventory-Panel, ne? Für das Inventory-Panel braucht es welche, ja. Das ist normal. Hm. Ja, interessant. Hier oben haben wir ja die Kiste. Das ist normal. Zack. Zack. Jetzt brauche ich noch mehr von dem grünen Zeug. Mal gucken, ob wir noch was in den Kisten haben. Ne, ne. Jüne Farbe, Jüne Farbe. Kann nämlich schon mal die Tanks füllen. Grüne Farbe. Kaktus-Green. Nö. Ich glaube wir müssen dann aber auch Upgrades noch reinmachen, damit wir das auch rausnehmen können. Ja. Kannst du nur durch Testen ausfinden. Immer. Ja. Ja. Damit geht's am einfachsten. So. Machen wir das mal. Ich hoffe mal die reichen. Ja. Dann muss ich noch einen externen Tank bauen. Gibt's denn eigentlich... Was gibt's denn jetzt noch jetzt einen Tank? Tank. Ja. Den Tank ist klar. Tank. Portable Tank. Pull the wing. Fluid Tank. Von N.I.O. Okay. Oh. Portable Fluid Tank can use to empty and fill fluid containers. Alles klar. Da was feines. Die Textatur spackt da wieder rum. Machen wir es mal so. Faschel. 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 Da ist die Faschel. Und. Eins, zwei, drei. Hier rüber und da rein. So. Ist das auch schon erstmal hier fertig? Jetzt können die sich auch auffüllen. Ich kann weiter arbeiten. Plupp. Und Centrus hat einen in den Knall. Plupp. Plupp. Nein. Toch. Kommt denn hier hinten schon was an? Ja. Kommt jetzt langsam. Zauber. Dann kümmere ich mich jetzt. Erstmal gucken, was wir noch bauen können. Das ist natürlich jetzt auch noch wichtig. Wichtig so. Aua. Das ist eigentlich hinten noch. Das stimmt. Hier war ja die Sojabohnenanlage. Versteckt in der Wand. Was ich immer noch ganz geil finde. So einen Raum mal verbauen. Wand vor. Fällt nie auf. Das stimmt schon. Kann man das mal verwenden. Wenn du einfach hinter einer Mauer einfach noch so wanden machst. Damit das gar nicht aufhört. Damit das gar nicht so riesig wiegt. Sondern einfach so klein. Ja. Und die ganze Anlage dahinter verschwinden lässt. Ski. 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 Ne. Krieg ich auch. Sechste. Ah okay. Das ist tragbar. Aber dennoch teuer gewesen. Freude doch. Mach ich auch. Das ist sie. Ah ah. Sicher nicht. Sehr sogar. Oow. Was brauch den die unterste Reihe. Die unterste Reihe brauch... Zwei Heavy und fünf Light. Habe ich denn noch einen Heavy? Hier reingeschmissen. Ah, hier glaube ich. Ein Heavy Block. Schlafen.